Hallo, ich grüße dich, du schöne Seele. Ich bin der Peter und ich mache Naturcoachings und ich lade dich herzlich ein, ganz egal was für ein Thema oder Herausforderung du hast, zu mir auf die Lichtphase zu kommen und mit mir in die Natur zu gehen. Weil in der Natur findest du alle Antworten, auf ganz egal welche Themen oder Herausforderungen auch immer du gerade zum Meistern hast. In der Natur ist alles schon da. Wir brauchen sie nur mehr eingleiten lassen, in diese unbeschreiblich glänzende Schönheit und Reinheit. Egal ob das Thema körperlich, beziehungstechnisch, geistig oder psychisch ist, wie jetzt war, erinnern sie daran, wie schön du bist, wie einfach das Leben ist. Besuch Arme Home Beach www.lichtoas.at und erinnere dich mit mir gemeinsam daran, wer du wirklich bist. Liebe Grüße!